hallo noch mehr Feinde hallo ähm eeeh das Haus steht noch eiii jetzt steht noch nicht mehr oh steht immer noch hier scheint so ein bisschen so ein Safety-Point zu sein ich glaube, er hat noch nicht getan eiii eeeh ach, du heilige die Flotspoten Engine immer treibt es nicht, ne? nöö hab ich da was? jawoll eii hehehehe man merkt, ich habe lange nicht mehr gespielt ahhh scheiße wir bekommen Besuch! warte auf! warte auf! warte auf! warte auf! weh warte auf! ach, hier am Randhaus wissen die, dass ich hier bin? kann ich mich hier in Sicherheit halten? Naja, Sicherheit ist relativ. Ich habe keine Munition mehr. Super. Äh... Mein erster Ruckler. Scherp. Komm ich hier irgendwie an eine bessere Schussbesitzung? Scheint... Ah! Ich bin der Akrobat der Bad Company. Äh... Au! Oh! Oh, Sche... Ich bin festgepackt. Ei! Oh! Ich... Spinner! Ähm, 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 ähm... Scheiße! Ah! Ah! Aua! Also... Ich kann nicht sagen, dass es einfach ist, ne? Aber es wird immer einfacher. Je länger... Ich spiele das so einfacher wird. Was ist denn jetzt los? Kurz runter auf 12, jetzt wieder auf 60 FPS? Hm. Ich hole ihn mir ja schon. Ruff, ruff, hechel, hechel, stirb. So. Oh nein. Oh nein. Panzer! Ich bin dabei! Arc Angel, der Bravo 2, fordern Luftunterstützung an. Wir haben von Panzer, Panzer und Kaliber 50, die Schützen beschossen. Position 19644 Alpha. Bravo 2, Unterstützung untermix. Geschätzte Ankunftszeit eine Minute. Halte durch. Das wird eine verdammt lange Minute. Verstanden, Arc Angel. Halte durch. Angst. Wir müssen sie abwehren, es ist wichtig. Sterbbar. Wo bin ich denn? Gunst stinken! In Deckung! Scheiße! Wann kommt endlich der Feuerauftrag? Haltet einfach den Kopf unten und bleibt noch etwas aus der Schusslinie von dem Ding! Verstanden, Sarge! Aber in 30 Sekunden können wir uns nirgendwo mehr verstecken! Dann kracht ein Scheißloch! Das mach ich jetzt, ich grabe jetzt mal hier ein Scheißloch! Geht nicht! Ihr müsst das feindliche Fahrzeug manuell markieren! Wiederhole! Ihr müsst das feindliche Fahrzeug manuell markieren! Hallo! Du musst die Ziele markieren mit deinem Feldstecher! Wo ist er denn? Da ist er! Hallo! Ah! Scheiße! Ah! Ja! PANZER! Sarge! Soll ich Luftunterstützung anfordern? Bin dabei! Mark Angel! Ihr Bravo 2 fordert Luftunterstützung an! Werden von feindlichen Panzern und Kaliber 50 Geschützen beschossen! Position 1, 9, 6! 4, 4, Alpha! Bravo 2, Unterstützung unterwegs! Geschätzte Ankunft seit eine Minute! Haltet durch! Das ist eine blöde Minute! Verstanden? Moment! Ihr bist ein Halt! Verstanden! 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 Scheiße! Traum mich nicht! Verstanden! 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 Aber in 30 Sekunden können wir uns nirgendwo mehr verstecken! Dann grabb'n scheiß Loch! Ein rad! Schaunen. Mit 5 benutzen wir den Feldstecher. So. Jetzt mit RMT Feldstecher zoomen. Hier ist 061, 72 Meilen entfernt. Rohre sind geladen. Beeil dich, Marlo. Behalt den Himmel im Auge. Ziele bestätigt. Abwurf in 3, 2, 1. Das wird Spur hinterlassen. War das schön. Oh, es freut mich richtig. Wieder so was zu sehen. Frohe Weihnachten? Haben wir schon Weihnachten? Hab ich was verpasst? Hm. Egal. Haben wir halt schon Weihnachten. Geh in dem Haus. Maschinengewehr in Deckung. Wir sind mit dabei. Oh. Scheiße. Granade. Ei. Ähm. Da ist... Das schöne Haus ist... Das schöne Haus ist... Das ist mir einfach kaputt gemacht. Fahrzeug. 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 Fahrzeuger. Hä. Fahrzeug. 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 So. alter ich lossteigen stattdessen das ist für mich nicht gemacht für die Bad Company na ja dann halt nicht für so ne Art Praktikan wo schieße ich eigentlich hin wo schieße ich eigentlich hin wo laufe ich eigentlich hin ich komme schon an diesen Kaliber 50 ran ja ach so scheiße und dann geht sie weg von hier das klingt nicht nett das klingt nicht nett auf ich schieße auch nicht so vermutlich hatte ich ja noch nie dass ich mal so schlecht mit jetzt wollte wo ist jeden Fall ist da noch heiflich am schießen ist voll in den Arm Aua so haben wir jetzt endlich Ruhe hm ja und dann aus ein Diesel super ach scheiße was fahr einfach malo pass auf was hinter uns abgeht mach sie kalt bevor sie zu nahe kommen bravo du wir haben das Ziel wir haben von allen Seiten getroffen ha 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 treffer da sind scheiß viele Fahrzeuge da sind scheiß viele Fahrzeuge knapp nicht an ähm abzuverdammt ah einfach nur in die Windschutzscheibe reinschießen gut Packard pass auf scheiße ich kann nicht sehen los ähm ähm ja schöne Gegend hier übrigens und wieder dasselbe fähre da den die die waren von der Straße runter! Verstanden, Sarge! Läuft ja heute mal unglaublich gut. Äh, ja. Oh, scheiße! Hallo, überst... Ab, 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 ab! Ha? Nein! Das, 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 das war geplant. Muss so sein, glaub ich. Ich weiß es nicht. Ach, natürlich weiß ich es. Negativ habe ich nicht verstanden, Nage Enkel! Äh, geh weg! 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 Ach, wie soll das ein scheiß Witz sein?! Huuuuh! Geh kaputt! Aaaaaaauuuu! Das ist doch ein Witz, oder? Nöööö! Nein! Witz, oder? Ja! Ach, kacke! Zeid ihr noch da? Hex? Jaa... Schweetz? Jaa... Ah! Ah! Kacke! Schweetz? Wow, das ist ja mal interessant.